Okay, zunächst einmal möchte ich sagen, ich verstehe schon. Was verstehen Sie? Highschool. Kamala, Kamala. Nach dem Avengers, Schatz. Sie hält mich für eine totale Spinnerin. Weil du spinnst. Jungs, Entschuldigung? Ja. Das ist mein Schatz. Sorry. Aber du starrst aus dem Fenster in dein kleines Fantasyland. Kamala, hey. Jetzt schon ernsthaft? Komm, na los. Muss ich meine ganze Zukunft noch vor Mittagessen planen oder hat's Zeit? Vielleicht haben die ja recht. Ich verbringe zu viel Zeit. Im Fantasyland. Das bist nicht du. Es sind nie die pakistanischen Mädchen aus Jersey. Die die Welt retten. Das ist auch nur eine Fantasie. Ist irgendwas passiert? Nein, wieso? Hast du was gehört? Kamala? Wie fühlt sich das an? Kosmisch. Ich dachte immer, so würde ich gern leben. Aber das alles hätte ich mir nie träumen lassen. Weißt du überhaupt, was du bist? Ich bin eine Superheldin. Boom! Ich bin eine Superheldin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020